Nein, wir sitzen nicht mit Lichtgeschwindigkeit im Millennium-Falken, oder? Nicht? Ich dachte gerade. Hört sich auf jeden Fall so an, ja? Ja. Aber man könnte an der Ansage der Kölner Verkehrsbetriebe darauf schließen, dass es eine Audioaufnahme aus der U-Bahn ist. Und zwar habe ich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mit dem 3D-In-Ear-Recording-Kopfhörer-Headset, mit, sage ich mal, Hook Audio Verse, eine binaurale Tonaufnahme gemacht. Die hört ihr jetzt im Hintergrund. Und das Hook Audio Verse ist ein Thema in diesem Podcast. Wir sprechen oder müssen doch wieder über Behringer sprechen, die diese Woche ein paar Euro-Rec-Module vorgestellt haben und quatschen auch über die News der letzten Woche. Hast du noch was dem hinzuzufügen? Nee, habe ich nicht. Lass uns loslegen. Alles klar. Musik ab. Sound & Recording Wochenrückblick, Ausgabe 6. Mein Name ist Marc Bohn. Mein Name ist Klaus Betz. Schon in Ausgabe 6 ist irgendwie, die Zeit fliegt dahin. Das ging schnell, ja. Stimmt. Ja, mir will... Keine Ahnung. Ich dachte, vorgestern haben wir darüber gesprochen, auch wir könnten ja mal so einen Wochenrückblick-Podcast machen, jetzt schon die sechste Ausgabe. Das stimmt. Man könnte es auch Mischwarenladen nennen. Ja. Sollten wir mal drüber nachdenken. Ja. Aber Wochenrückblick ist auch okay. Aber lass uns das mal hier so über die Feiertage mal durch den Kopf gehen lassen. Genau. Also wenn ihr Ideen habt, wie wir unser Gelaber hier nennen können, dann redaktion.at-soundrecording.de. Es gibt ja Leute, die wollen unser Gelaber vorspulen, habe ich gehört. Also... Ich kann es Ihnen nicht verübeln, ne? Nee. Also an alle die, die uns unser Gelaber gerne vorspulen möchten, den kann ich eigentlich empfehlen, direkt zum Ende zu spulen oder unsere Kapitelmarken zu nutzen, über die ihr quasi zu dem Thema kommt, worüber wir sprechen und was euch interessiert. Und dann könnt ihr auch Themen, die euch nicht interessieren, einfach übergehen. Genau. Ganz easy. Genau. Kommen wir mal zum ersten Thema. Wir sind mit der Studioszene auf der Musikmesse bzw. der Pro Light & Sound 2020 vom 31.03. bis 3.04. in Halle 8. Haben dort wieder unseren Stand, unseren Marktplatz quasi 120 Quadratmeter mit diversen Ausstellern um uns herum, mit einem sehr attraktiven Workshop-Programm. In diesem Jahr haben wir sogar eine Premiere und zwar schalten wir einen international erfolgreichen Produzenten, einen deutschen Produzenten, der in Australien lebt, live über Skype nach Frankfurt und machen mit ihm eine kleine Q&A-Session und er wird halt auch aus seinen Produktionen was zeigen und berichten. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und machen wir einen Live-Podcast? Können wir mal drüber nachdenken. Das wäre erstens für mich ein Grund, mal wieder zur Musikmesse zu fahren. Das wäre für dich mal ein Grund, wieder aus deinem Studio rauszukommen und ans Tageslicht zu gehen. Was ist das? Ja, ich erkläre es dir im Nachhinein. Wie gesagt, wir wollen ja nicht so viel labern heute. Ja. Genau, da müssen wir noch einen Termin machen. Ich würde mal vorschlagen, den 31.3. oder den 3. April. Mach dir mal Gedanken, wie du Zeit hast. Genau, wir wollten noch nicht so viel quatschen. Legen wir direkt los. Gear Corner. Jawohl, es geht um Beringer. Genau, auch wenn wir nicht darüber reden wollten, müssen wir es leider schon wieder tun. Aber das klingt jetzt so, als ob wir Beringer ja nicht mögen würden. Wir mögen Beringer ja. Naja, wir mögen sie, aber wir sprechen gefühlt in jedem Podcast über sie. Die sind halt fleißig. Das stimmt. Also diesmal startet Beringer den Klonangriff so an den heiligen Gral der Sündwelt, würde ich sagen. Also sie wagen sich an Original-MOOC-Modelle, die es ursprünglich im 5U- bzw. 5HE-Format gab. Und bauen sie jetzt fürs Euroreg. Eigentlich eine schöne Sache erstmal. Ja, definitiv. Welche Modul haben sie nochmal nachgebaut? Was sehe ich hier gerade? Den Filter 904A. Genau. Filter und neues Modul. Ja, wir können auch gleichzeitig sprechen. Super geil, super geil. So ein Chorus-Effekt, ne? Filter und neues Modul 923 und den Envelope. Generator 911, den man, ja, ich glaube bisher hat man sie nur in dem Video gesehen bei YouTube. Und es war auch eigentlich nur erkennbar, dass es, weil sie ein Euroreg-Case gezeigt haben. Aber man konnte halt auch schon so sehen, dass da so ein paar Module drin sind und erahnen. Oder einen haben sie, glaube ich, vorgestellt. Ich glaube, das Filter neues Modul 923 konnte man halt auch noch ein bisschen näher sehen. Hast du dir das Video angeschaut? Nee, habe ich leider nicht. Aber man konnte ja schon mal so ganz, ganz grob vermuten, dass es in so eine Richtung geht. Ich meine, es sind jetzt nicht die ersten Module, die sie bauen. Dann eben das gerade von dir erwähnte Case, das sie gemacht haben. Und sowieso waren sie ja schon mit MOOC insofern verbandelt, dass sie den Moduli gebaut haben, beziehungsweise kürzlich den Poly-D. Da liegt es natürlich jetzt nahe, einfach dann auch eben die Module zu klonen. Ja, und es gab noch einen Mixer, CP3AM mit vier Eingängen und Ausgängen. Und ja, die Anschlüsse sind natürlich alle mit Minikling ausgefüllt. Das heißt, sie kann auch gepatcht werden ohne Ende. Und ja, der Preis ist natürlich auch wieder ein Knaller. Also erwartet werden Preise zwischen 50 und 100 Euro. Auf ModularGrid.net wird ein Preis von 89 Euro pro Modul genannt. Übrigens eine super coole Seite, also ModularGrid.net. Das ist eine Seite, wo man sich quasi virtuell sein eigenes Rack zusammenbauen kann. Aus, glaube ich, allen verfügbaren Modulen, die es auf dieser Welt gibt. Kann sich dann quasi alles reinhauen, was man will. Man kann dann auch quasi den Preis am Ende sehen, den Gesamtpreis, der oft dann quasi nicht so niedrig ist. Wie kann denn das noch passieren? Ja, keine Ahnung. Und was ich halt auch echt cool finde an dieser Seite ist, man kann halt als Künstler auch sein Rack dort quasi reinstellen. Ach geil. Und dann kannst du quasi gucken, okay, wie sieht das Rack von Artist XY aus? Oh, das ist gut. Das ist eine super Website, sollte man sich unbedingt mal angucken. Ich habe jetzt mal so ein bisschen wieder Effe mit Birnen verglichen. Ich habe mir mal angeguckt, das fehlt da ein neues Modul 923. Es gibt natürlich noch schon andere Brands, die MOOC-Module nachbauen. Zum Beispiel Synthwerk, größer an Gerhard Mayrhofer an dieser Stelle. Die machen natürlich Handarbeit. Das 5A-E-System, das Modul kostet da 240 Euro. Und basiert natürlich auch auf den Original-Schaltplänen und wie die Schaltpläne von Behringer aussehen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Keine Ahnung, ob das jemals preisgegeben wird. Aber ich gehe schon davon aus, dass da schon ordentlich kopiert wurde. Und im Vergleich, wie gesagt, zahlst du halt 240 Euro für so ein Synthwerk 5U-Modul und für Behringer zahlst du dann halt 89 Euro. Und über das Vorgehen von Behringer in der aktuellen Synth-Welt und im Klonkrieg habe ich mit unserem Autor Ulf Kaiser gesprochen. Das Gespräch würde ich jetzt auch nochmal hier kurz einbinden. Wir argumentieren für und gegen den Kauf von Behringer-Modulen. Wir überschlagen grob, was ein modulares Euro-Reck mit dem gleichen Funktionsumfang eines Behringer Model D kosten würde. Und diskutieren halt auch, ob Behringer nicht ein guter, preisgünstiger Einstieg in die Modularwelt wäre, wovon vielleicht der Markt auch noch profitiert. Dann Mats ab. Ich habe bei Behringer ganz bewusst so ein paar Vorbehalte. Welche? Naja, einerseits finde ich es erstmal, wenn man das vielleicht vorab schicken würde, einerseits finde ich es ja okay, wenn sozusagen Einsteiger durch günstige Preise angesprochen werden. Und zusätzlich dieser, sagen wir mal, dieser Plagiatsvorwurf, der Behringer oft anhastet, das ist ja nicht so, dass sozusagen jetzt andere noch nicht ein MOOC oder sowas nachgebaut hätten. Allerdings finde ich bei Behringer, ich finde es auch zusätzlich super, dass Behringer diese Chips irgendwie selbstfertigt. Aber wo ich echt ein Problem habe, ist sozusagen normalerweise die Art und Weise, wie das geschieht bei Behringer. Es wird sich überwiegend, also überwiegend wird sich halt an ehemals vorhandenen Geräten auch optisch orientiert. Das heißt, man holt sich da immer so ein bisschen Lorbeeren ab, vor allem vom Cork MS-20, von dem Pro One und jetzt in dem Fall vom System 100. Und das wäre meines Erachtens eigentlich unbedingt nötig. Also ich weiß, auch Roland hat zum Beispiel eine TH8S im Angebot. Da sind ja jetzt auch 808 und 909 Klänge drin, aber es hat ein eigenständiges Design. Ist außerdem sowieso vom Hersteller selber gemacht. Ist ja von selber gleich, ja. Ja, das ist sozusagen auch nochmal der Unterschied. Und ich meine, Behringer hat ja auch ein paar eigene Sachen gemacht. Das finde ich auch toll. Die haben eigentlich auch, finde ich, neben der Chipfertigung, haben sie auch, glaube ich, die Kapazitäten dazu. Also ein bisschen mehr Eigeninitiative würde ich bei so einem großen Unternehmen eigentlich fordern. Und es fällt ganz oft darauf zurück, dass es auch ein Kaufargument ist, dass das Teil, das sieht so aus wie das, was man eigentlich nachbauen möchte. Nachbauen, okay, machen viele. Und dann ist es auch noch besonders aggressiv preisbepreist und sieht auch noch zusätzlich so aus. Und das finde ich so ein bisschen, das muss nicht sein so. Behringer ist einfach nicht Roland, ist auch nicht Kork, ist auch nicht Sequential Circuits, auch wenn deren Patente vielleicht ausgelaufen ist. Das ist einfach, das muss nicht sein, finde ich. Und einher mit solchen visuellen Ähnlichkeiten geht natürlich auch immer sozusagen das Verlangen, was man beim Kunden damit auslöst. Also man erwartet natürlich automatisch jetzt, wenn man so ein Gerät kauft, auch wenn es extrem preiswert ist, dass es dann möglichst auch so gut wie das Original klingt. Und da, also da kann ich jetzt zugegeben nicht richtig aufgrund von A-B-Vergleichen nicht wirklich mitreden. Ich glaube auch, dass das ganz gut ist und insbesondere, dass es bei einem Synthesizer auch ganz gut sein kann, selbst wenn es Unzulänglichkeiten bei den Bauteilen aufweist. So eine 303 klingt, ist ja auch jetzt kein High-End-Gerät oder sowas, sondern quasi ein glücklicher Zufall. Aber ich würde jetzt mal unterstellen, wer sagt, ich baue ganz betont Dinge nach, spare mir also in gewissen Grenzen gewisse Ingenieursleistungen. Da liegt natürlich die Schlussfolgerung auch nahe, ob da vielleicht auch das letzte Quämpchen an klanglicher Optimierung und vielleicht auch bei der Qualitätssicherung eventuell nicht verfolgt. Denn sonst wären diese Dinge möglicherweise auch einfach teurer. Also das ist so ein bisschen das Problem. Und ich finde, eigentlich hat Beringer in den letzten Jahren ja mit dem Digitalpool zum Beispiel gezeigt, den X32 und auch durch den Zugkauf von Technologien wie Milas und Clark und so, dass da eigentlich kompetente Leute sitzen. Und dann warum nicht ein bisschen mehr eigenständig? Das fände ich eigentlich irgendwie schön. Du hast ja auch schon angesprochen, dass es ja auch andere Hersteller gibt, die jetzt, sage ich mal, auch explizit zum Beispiel MOOC-Sachen nachbauen. Also ich meine jetzt Sündwerk oder so, die bauen ja auch, das ist ja fast Handarbeit, ja, die bauen ja auch auf MOOC-Schaltungen quasi. Ja, ich meine, das gab es ja auch früher mal von Studio Electronics, gab es zum Beispiel auch das erste Mal so eine Art Mini-MOOC schon vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren, der dann quasi den Mini-MOOC ins Rack verfrachtet hat. Und im Euro-Rack gibt es jetzt auch von AJH sehr hochwertige Teile, die sehr nach MOOC klingen. Da liegt aber der Fokus ganz klar sozusagen auf der Ingenieursleistung und dem Klang. Okay, und die hat auch eine ästhetische oft Verwandtschaft zugegeben zu so einem MOOC, aber das wird auch nicht so aggressiv gemacht, wie das ein Behringer macht. Ja, das stimmt. Ich habe mir jetzt zum Beispiel tatsächlich zufälligerweise wirklich mal den Behringer Model D angeschaut und quasi auch mal geguckt, was Vergleichbares es gibt als Module, ja. Also ich meine, du hast halt den Model D kriegst du halt, ach Quatsch, den Model D kriegst du für 300 Euro und da bräuchtest du zum Beispiel von AJH den Oscillator. Ja, ich glaube, das Ding kostet 339 Euro, ne. Der einzelne Oscillator, ne. Der eine, der eine. Und ich glaube, der Model D hat ja drei. Ja, der Model D hat, genau, und MOOC hat dann drei Oscillatoren, den Filter, zwei Hüllkurven. Das ist natürlich klar, dass das, das ist natürlich eine völlig andere Preisklasse, ne. Also in summa summarum kämpfst du ja da, glaube ich, dann, ich weiß ja, es ist auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, ne. Also kämen wir da ja schon auf 2.000 Euro fast, ne, wenn man das ungefähr umsetzen würde, dass der Behringer Model D kann, ne. Und das für den Einsteiger wahrscheinlich, oder wie würdest du einem Einsteiger argumentieren, aber, oder würdest du sagen, ach, Einsteiger, macht es eigentlich total Sinn, auf Behringer zurückzugreifen? Ja, wenn er, also wenn er das sozusagen, wenn er dann sozusagen, ja, wie soll man es sagen, also, es ist vielleicht, wie in anderen Bereichen auch, also wenn du dir jetzt ein Smart kaufst, dann erwartest du natürlich auch keinen Mercedes, ja. Das ist vielleicht dann auch der Unterschied. Also klar, der Einsteiger, der weiß beim Kauf eines Smart, dass er ein kleines Auto bekommt und analog im Musikbereich würde er sozusagen bis vor wenigen Jahren jetzt noch davon ausgegangen sein, wenn er einen richtigen, vernünftigen Minimug haben möchte, dass er da auch sehr viel Geld auf den Tisch legen muss. Und Behringer bewegt sich jetzt da so ein bisschen dazwischen und macht das nach dem, was ich höre, zumindest jetzt beim Model D, glaube ich, auch ganz anständig. Aber wie gesagt, ich habe so ein Ding selber nie gehört und ich besitze so einen AJH-Mini-Mug, der sehr gut klingt, auch im Vergleich zu einem Reissue-Mini-Mug, zu einem ganz alten Mini-Mug kann ich das jetzt nicht so genau sagen. Und auch im Vergleich zum Model D kann ich das nicht wirklich genau sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, also hochwertige Ingenieurskunst, die dahinter steckt. Und das könnte jetzt, würde wahrscheinlich ein Einsteiger sich jetzt ohnehin nicht leisten wollen. Und insofern finde ich das jetzt erstmal auch legitim, einem Einsteiger ein deutlich günstigeres Gerät ans Herz zu legen. Einfach aufgrund der Vorteile, er kriegt man, er kriegt trotzdem Synthesizer, er kriegt die Haptik, die man möchte, er kriegt sogar MIDI. Und das ist natürlich jetzt erstmal grundsätzlich erfreulich. Ob das dann so aussehen muss wie ein Mini-Mug, das ist eigentlich eher die Frage, die ich mir stelle. Also mit seinem Neutron, das ist ja dieses andere Gerät, das hat ja nun weniger optische Ähnlichkeit mit anderen Sachen. Und das finde ich jetzt auch kein Deutsch schlechter. Also es muss jetzt nicht im Moog-Design daherkommen. Aber wenn es das tut, ist es, also vielleicht sieht man es dann auch als Musiker und gerade in diesem Fall ein bisschen zu verbissen, weil ich glaube einfach, dass Beringer da einfach selber saubere Vorarbeit geleistet hat. Das ging ja mit den Mackie-Sachen los, früher mit dem Euro-Desk, was einfach dann auch ein Rechtsstreit mit Mackie gab. Und dann gab es mal Boss-Effekt-Pedale, die dann sofort wieder vom Markt verschwanden, weil sie zu ähnlich aussahen. Und da muss man natürlich mit dem eigenen Ruf dann leben, den man sich irgendwann geschaffen hat. So grundsätzlich. Ja, ja. Beringer ansonsten einfach einer von mehreren Anbietern, die mit Fernost Sachen günstig fertigen und damit eine Nachfrage bedienen. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Das machen andere auch, machen in anderen Bereichen. Wahrscheinlich sogar in allen Bereichen gibt es das ja. Jeder von uns stellt bei Amazon irgendwelche Sachen, die eben auch irgendwo dort hergestellt werden, weil sie günstiger sind und die Nachfrage das auch möchte. Also grundsätzlich erstmal schön. Ich meine, wie soll man es auch anders machen? Also man stellt einfach, die Alternative wäre für das Geld, was Beringer da bietet, ein Plug-in zu kaufen. Und das kann man halt nicht anfassen in der Art und Weise. Insofern finde ich das erstmal auch schön. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Ulf. Viele liebe Grüße. Bist du eigentlich ein Modul-Nerd, Modular-Nerd? Nee, noch nicht. Also ich habe zwar ein, ich würde es noch nicht Modular-System nennen, also ich habe so ein kleines Arturia-Rack und witzigerweise das einzige Gerät, was bisher da drin hängt, ist ein Beringer-Gerät, nämlich der Beringer Neutron. Den habe ich mir mal da als Einstiegsdroge gekauft. Gut, aber ansonsten war ich tatsächlich bisher immer der große Synth-Fan von Einzelgeräten. Genau, ich sehe das immer im Video, wenn wir ein Video-Skype-Shit machen. Ja, so im Hintergrund da steht ein bisschen Kram rum. Genau, steht da so rum. Genau, richtig. Und ich denke, ich werde das irgendwann in Zukunft mal intensivieren, aber erstens ist es natürlich eine relativ kostspielige Kiste. Zum anderen, was mich immer so ein bisschen noch abschreckt, ist die Tatsache, dass es halt in der Regel monophon ist. Aber es ist natürlich, was jetzt reines Sound-Design angeht, ja, sky's the limit. Allerdings auch dann halt, was die eigene Geldbörse angeht. Das heißt also, die Beringer-Module wären definitiv was für dich, oder? Ja, natürlich. Also, wenn da die Qualität stimmt, ja, warum denn nicht? Ich würde da, glaube ich, also gerade jetzt am Anfang halt, wenn man anfängt, erst mal sich so einen Grundstock zusammenzubauen, ist das natürlich eine super Möglichkeit. Genauso würde ich jetzt an der Stelle zum Beispiel auch mal Döpfer erwähnen, die ja preisleistungsmäßig auch ganz fantastisch sind. Und von denen man zumindest weiß, dass auch die Qualität da absolut einwandfrei ist. Ja, und wenn Beringer sich da behaupten kann, ja, warum denn nicht? Also, der Neutron an sich ist ja schon mit genug Patchpunkten versehen, dass man den schon so als ein paar Einzelmodule fast sehen kann. Und wenn man den jetzt noch mit ein paar kleinen zusätzlichen Modulen ergänzt, dann wäre das eine sehr schöne Sache. Definitiv. Wo Beringer auch vertreten war, ist die Superbooth 2019. Ich gehe auch einfach davon aus, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sein werden. Und die waren im letzten Jahr auch wirklich absoluter Publikumsmagnet. Neben dem Udo, würde ich einfach mal sagen. Fand ich auch so witzig, die, ich weiß nicht, immer noch nicht, wie mal, ob man Udo sagt oder Udo oder Judo oder was weiß ich. Judo klingt nach Kampfsport, aber... Ja, ich muss immer meinen Arbeitskollegen Udo nennen. Also, wir reden von dem Synthesizer, der dort quasi vorgestellt wurde. Hast du dir das Teil mal angeguckt? Ich habe ein paar Bilder davon gesehen, habe ihn aber tatsächlich noch nicht weiter verfolgt. Okay. Ich glaube, er ist auch noch nicht verfügbar. Wir wollen ihn auf jeden Fall testen. So, jetzt versuchen wir den Bogen wieder zurückzuspannen zu Superbooth. Early Bird Tickets, also Superbooth 20, vom 23. bis 24. April. Das habe ich mir mit Sicherheit falsch notiert. Ich gucke mal kurz auf superbooth.com. Ja, mach das. Ich muss auch mal sagen zu Superbooth. Bin bisher noch nicht da gewesen. 23. bis 25. April. Okay. Ist wohl die Convention, Messe, wie auch immer man sagen möchte, für Modularsons, sowie alle möglichen Synthesizer und elektronische Musikinstrumente aller Art. Also, ich fand das im letzten Jahr so geil. Da lief einfach mal Jean-Michel Jarum. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Ich glaube, ja. Und ja, ist einfach eine tolle Veranstaltung. Bis Ende des Jahres gibt es noch Early Bird Tickets. Es wurden gestern die ersten Programmpunkte veröffentlicht. Im nächsten Jahr findet ihr unter superbooth.com und dort findet ihr auch dann quasi das richtige Datum. Ebenfalls auf der Superbooth trifft man Arturia. Genau. Die haben auch was Neues. Ja, kam relativ spontan. Pigments 2, also das Update zu ihrem Synthesizer. Normalerweise hat Arturia in der Regel bekannt geworden, sind sie da im Synthesizer-Bereich ja mit der V-Collection, beziehungsweise den Instrumenten, die da drin sind, was ja auch alles Emulationen, Software-Emulationen, ältere Geräte ist. Und die Pigments waren eigenständige Entwicklung. Ein sehr moderner Software-Synthesizer mit einer ganz tollen, sehr grafischen Modulations-Sektion. Und da kam jetzt sehr spontan eben das Update auf Version 2, was dem Ganzen einiges an neuen Features beschert. Unter anderem halt einen neuen, ich nenne es mal, Oszillator-Typ. Es ist eigentlich ein Sample-Playback mit integrierter Granularsynthese. Relativ mächtig auch. Sie haben die Effekt-Sektion ein wenig aufgebohrt. Sie haben den Sequencer erweitert. Also überall ein bisschen dran geschraubt, neue Features hinzugefügt. Und ja, ein ganz tolles Teil gibt es aktuell zum Einführungspreis von 99 Euro. Ich glaube, das Upgrade ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen billiger, wenn man die alte Version schon hatte. Standardpreis wird irgendwann sich bei 199 einpendeln. Ja, und eigentlich müssten wir hier noch so einen Weihnachtsbaum aufstellen. So einen virtuellen Podcast-Weihnachtsbaum, unter dem ganz viele Geschenke liegen. Ja. Weil irgendwie haut die Branche gerade kostenlose Plugins ohne Ende raus. Richtig. Unter anderem eben auch Arturia. Das kam, glaube ich, gestern relativ überraschend. Und zwar ein neues Halb-Plugin bringen sie raus. War, meine ich, auf der Webseite auch gar nicht so präsent. Vielleicht haben sie das inzwischen geändert. Aber schaut einfach mal nach. Da gibt es das Arturia Revplate 140, momentan geschenkt. Genau. Und du hast, glaube ich, hier noch was. NI Raum. Genau. Native. Die hauen ja eigentlich an Weihnachten immer ein kostenloses Plugin raus. Und diesmal ist es Raum. Oder wie Sie so schön in Ihren Videos sagen, Raum. Auch natürlich Englisch klingen. Genau. Auch ein Reverb-Plugin. Allerdings mit einem relativ modernen Sound-Design-Ansatz. Klingt sehr spannend. Eine Freeze-Funktion ist drin. Einfach um halt diese riesigen Hall-Texturen zu erzeugen. Ja, und auch das, das wird irgendwann mal ein kommerzielles Produkt sein, so wie ich das verstanden habe. Aber momentan gibt es das kostenlos. Und es gibt eine neue Version vom Ozone Imager. Und den gibt es auch dann einfach mal kostenlos. Ja, den habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Hast du dir den schon angesehen? Äh, nö. Also, ich habe nur meinen, den Imager in Ozone 9. Genau. Das reicht mir. Ist das der neue? Ich glaube, oder gibt es nochmal ein Update? Das weiß ich gar nicht. Ich bin noch bei Ozone 8 momentan. Achso. Tja. Geschenkt, geschenkt. So. Das war es, glaube ich, mit den Geschenken erstmal. Oder fällt dir noch irgendwas ein? Nee. Ich glaube, kommen wir wieder zurück zu sachlichen News. Jawohl. Genau. News von U-Jam. Und zwar gibt es das Update des Beatmakers auf Version 2. Der Beatmaker von U-Jam, das ist ja, den gibt es in, sag mal, drei Geschmacksversionen für verschiedene Musikstyles. Und sie haben jetzt da das Upgrade auf die Version 2 veröffentlicht, was einiges an interessanten neuen Features beinhaltet, unter anderem Midi-Drag-and-Drop in die DAW von Phrasen. Sie haben individuelle Outputs eingebaut. Der Content wurde quasi verdoppelt. Es gibt eine Erweiterung der Master-Sektion. Und die Upgrade-Preise sind, glaube ich, sehr human, wenn ich mich da recht erinnern kann. Also wer moderne Beats bauen möchte und da ein sehr schönes, übersichtliches und einfach zu handhabendes Tool braucht, der schaut sich mal den Beatmaker von U-Jam an. Warst du da nicht dran beteiligt irgendwie? Da war ich rein zufällig auch dran beteiligt, ja. Ich habe ein bisschen das Instrumenten-Scripting übernommen, einen kleinen Teil davon. Ah, interessant. So, was haben wir noch? Dann kam gestern noch die Meldung, dass Bitwig Studio 3.1 jetzt verfügbar ist. Neulich haben wir ja angekündigt, dass die Beta released wurde. Jetzt gibt es Bitwig Studio 3.1 offiziell. Genau. Dann gab es ein Mikrofondebüt des Herstellers Voyage Audio aus San Diego. Die haben ein Acht-Kapsel-Spatial-Microphone vorgestellt. Sogar mit USB-Funktion. Finde ich extrem spannend. Habe ich direkt auch mal angeschrieben und versuche, die auf der NAMM-Show zu treffen. Dann gibt es ein Update des Digital Performers von Motu. Also Update auf 10.1. Was haben wir noch? Ah ja, deine Sektion wieder. Hier so dein Klaus-Steinberg-Podcast. Ja, Steinberg mal wieder. Aber das kam gestern Abend noch. Steinberg Cubase 3, also die DAW fürs iPad bzw. iPhone. kam jetzt die Version 3 raus. Kann ich aber tatsächlich noch gar nicht viel zu sagen, weil es kam so spontan, dass ich noch nicht groß reinschauen konnte. Cubase 2 habe ich hin und wieder auf dem iPad genutzt. Allerdings auch nicht so viel, weil ich eben, wenn ich eine DAW benutze, dann sitze ich am Rechner und nicht am iPad. Aber ich glaube, was man so hört, ist Cubase 2 da immer noch der Standard gewesen. Zumindest wenn es halt um komplexere DAW-Produktionen ging. Und ich denke, da werden sie jetzt mit Version 3 nicht aufgehört haben und das Ganze weiter verfolgt haben. Ja, definitiv. Also ich habe auch mal versucht, ein paar Songs auf dem iPad zu produzieren, aber es war mir danach wirklich nach einer Zeit zu umständlich. Also dieses Gefrickel dann mit meinen riesen Fingern auf dem Touchpad. Das ist vermutlich auch so ein bisschen, wie man das Ganze gewöhnt ist. Also ich habe auch verschiedene Apps mal eine Zeit lang durchprobiert. Bin auch nie ganz warm damit geworden, aber ist wahrscheinlich auch so, weil ich komme von Maus und Tastatur. Und damit bin ich immer noch viel, viel, viel schneller als mit dem Touchscreen. Ja, aber es gibt auf jeden Fall Producer, die tatsächlich ganze Alben in Cubases oder auch am iPad produzieren. Also ich habe mal ein Interview gehört in dem Podcast Recording Rockstars von Lit Show. Kann man gerne mal reinhören. Dann sind zweistündige Interviews mit Leuten oder zweieinhalbstündige mit mehr oder weniger bekannten Engineers und Produzenten. Ja, man muss sich einfach nur reinfuchsen in die ganze Sache, weil das sind ja tolle Produkte. Und gerade wenn man jetzt mal ein aktuelles iPad nimmt, die haben ja dermaßen Leistung. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. Okay, wir sind voll schnell heute irgendwie durch. Wir rattern hier durch. Ja, komm, Content, Content, Content. Genau, News ohne Ende. Ihr wollt uns ja nicht mehr labern hören, deshalb rattern wir jetzt einfach hier. Wir lesen hier einfach nur noch die Pressemeldungen vor. Das war auch ein Kritikpunkt in dieser Woche, weil wir bei der Pressemeldung zum MacBook Pro die Pressemeldung zitiert haben. Ist das so schlimm? Also wir hatten ja beide kein Gerät vor uns stehen, von daher konnten wir uns noch keinen eigenen Eindruck machen, sondern nur ein paar Gedenken eben zu den offiziellen Angaben machen. Ja genau, daraus beziehen wir natürlich unsere Infos. Ja, also und im Endeffekt habe ich das auch vorgelesen, damit wir uns auch so ein bisschen über die starken Adjektive lustig machen können, wie unglaublich überragend und das weiß ich. Das, was halt immer so in typischen Apple-Präsentationen fällt. Genau, wir sagen dann immer laut Hersteller ist es der beste Prozessor aller Zeiten zum Beispiel. Laut Apple oder laut Hersteller, damit kann man das so ein bisschen relativieren, dass das nicht die eigene Meinung ist. Okay, Workflow der Woche, Tesa-Klettband? Ja. Fragezeichen? Das habe ich mal reingeschrieben und da musste ich mich dran erinnern, da ist mein Blick kürzlich mal wieder drauf gefallen und zwar ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mal ein bisschen Verkabelung im Studio hier neu optimiert und ich habe früher immer die Standard-Kabelbinder benutzt, also diese Plastikdinger einfach zusammenziehen und dann kriegst du sie nicht mehr auseinander. Ab und zu hatte ich auch mal die Dinger, die du halt, was schon Klettbänder sind, aber die du fest um ein Kabel machst und dann hängt sie halt am Kabel dran. Und dann bin ich irgendwann darüber gestolpert, man könnte sich ja auch mal eine Rolle Klettband kaufen. In meinem Fall habe ich jetzt das von Tesa genommen und das ist glaube ich, keine Ahnung, 5 Meter Klettband oder sowas, was man sich dann wunderbar in passende Längen schneiden kann. Und damit kann man Kabel echt schön easy organisieren und vor allen Dingen, man kann das mal wieder aufmachen, ohne dass halt irgendwie was kaputt geht oder sowas. Klar, ich meine, man hat sich die Dinger vorher einigermaßen passend zurechtgeschnitten, aber wenn man da ein bisschen Spielraum lässt, dann kann man auch noch ein zusätzliches Kabel da in so einen Strang mit reinflechten, macht das Ding wieder zu und die Kabel sind wunderbar miteinander verbunden. Also, das ist zwar ein bisschen teurer, als wenn man jetzt beim Discounter sich irgendwie wieder so ein Hunderterpack Kabelbinder kauft, aber dafür hat man was Gutes für die Umwelt getan und man kann es halt jederzeit problemlos öffnen und wieder neu verbinden. Von daher, wenn man ein bisschen ordentlich verkabeln will, ist so eine Rolle Klettband echt eine schöne Sache. Wäre eine Option für meinen Schreibtisch, ey, ich kann ja sagen, das sieht aus mit dem ganzen Kabel gedöhnt, ey. Du, das kenne ich, das passiert ja auch immer wieder permanent, das kannst du irgendwie eine Woche schön halten, dann kommt ein neues Gerät oder du baust irgendwas um und schon ist wieder Katastrophe. Aber es gehört auch irgendwie dazu, oder? Kannst ja auch dann die Kugeln an deinen Kabelbaum hängen oder so. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Für Weihnachtskugeln. Ja, ich bin ja auch noch irgendwie dafür, dass wir alles drahtlos machen, also drahtlos Strom und so. Ja, zu drahtlos kommen wir gleich noch, ne? Nämlich mein Workflow der Woche. Ich musste mich so ein bisschen entscheiden, weil irgendwie war diese Woche Weihnachten bei uns in der Redaktion. Ich habe plötzlich irgendwie tausend Testgeräte und Werbegeschenke und was weiß ich nicht alles bekommen. Unter anderem war der Behringer Wasp dabei oder Wasp. Dann ein Ica Multimedia Bundle HD. Schön. Also das HD Bundle, eigentlich ganz cool, ist ein Stativ fürs iPhone dabei, kannst du es auch als Gimbal verwenden. Ist eine Teleskopstange dabei und ein Licht ist dabei, so ein Lichtring. Und du hast auch noch ein digitales Mikrofon mit auch einem Tischstativ. Dann habe ich so einen Controller bekommen, Luperdeck CT. Auch ein ziemlich geiles Teil, kostet 500 Euro. Ist eigentlich aus dem Videobereich, Videoschnittbereich. Die wollen aber jetzt halt auch den Audio-Markt erobern. Das werde ich wohl im nächsten Podcast mal vorstellen. Aber diesmal fand ich ganz interessant, dass Hook Audioverse, ein In-Ear-3D-Mikrofon-Kopfhörer mit Bluetooth-Anbindung, ist also quasi so ähnlich wie das MBO Smart Headset von Sennheiser. Du haust dir die Earplugs halt in die Ohren, da ist ein Mikrofon drauf, auf beiden Seiten natürlich. Und du kannst dann quasi 3D-Audio-Aufnahmen machen im Video, aber halt auch nur separat Audio aufnehmen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Hörgerät. Hast du dir die Dinger mal angeguckt? Habe ich noch nicht, nee. Auf jeden Fall kannst du, was ich ganz cool finde, du kannst die dann über Bluetooth, wie gesagt, anbinden. Du hast eine App, läuft auf iOS und auf Android. Was ich ein bisschen komisch blöd finde, ist tatsächlich, dass man nicht über iOS, kannst du nicht noch dabei mit telefonieren. Was aber wirklich cool ist, es ist ein Kabel dabei, sodass du das Headset auch an eine GoPro anschließen kannst oder auch an eine DSLR oder auch an irgendeinen anderen Field Recorder. Also du musst dann nicht zwingend die Bluetooth-Verbindung nutzen und mit deinem iPhone aufnehmen oder mit irgendeinem anderen Smartphone. Was ist das für ein Kabel? Also auf was für einen Stecker geht das? Das geht auf Mini-USB und auf dieses TSR, also quasi Mini-Klinke mit zwei. Also ich habe es hier immer... Alles klar. Genau. Ich kann hier auch einfach mal kurz ein Unboxing machen. Also was ich halt richtig cool finde, ich habe es jetzt zufälligerweise hier neben mir. Was ich halt richtig cool finde, ist, die Verpackung, auf der Verpackung sind Vorlagen eingestanzt. Das heißt, du kannst quasi hier die Teile rausstanzen oder rausdrücken, die hier vorgestanzt sind und kannst dir aus diesen Pappteilen ein Stativ zusammenbauen. Ach, guck an. So, dass du die Hook Audioverse quasi mit dem richtigen Abstand voneinander vor angefertigten Ohren platzieren kannst und du kannst dann quasi dein iPhone oder dein Smartphone dann auf dieses Stativ stellen, kannst dann quasi selber ein Video von dir machen und in die Ohren quatschen. Das ist keine blöde Idee eigentlich. Nee, es ist eigentlich eine supergeile Idee. Vor allem ist es halt auch so, die Verpackung wird noch weiter genutzt. Also ich hoffe, es ist verständlich, was ich hier gerade versucht habe zu erklären. Ich finde es auf jeden Fall supergeil. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber werde ich auf jeden Fall machen. Was haben wir hier noch drin? Es ist auf jeden Fall ein schickes Etui dabei, wo halt die Hook Audioverse drin sind. Dann gibt es verschiedene Schaumstoffaufsätze für die In-Ears. Finde ich tatsächlich auch immer ganz gut, weil ich verliere die Teile einfach regelmäßig. Eigentlich finde ich dieses Konzept scheiße, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach hygienischer. Ich muss dann immer den Ohrschmalz rauspulen, aber egal. Genau, dann ist noch dieses Kabel dabei, wo du dann quasi, also du kannst die Hook Audio auch über USB laden. Es steht dabei, dass 10 Stunden oder so soll das Teil aushalten. Man, das ist doch schon mal was. Ja, und über diesen USB-Anschluss kannst du dann halt eben noch ein Kabelammann dran machen, wo du dann quasi auf eine Mini-Klinke gehst oder auf dieses Micro-USD, um dann halt quasi einen Fiat Recorder anzuschließen oder eine DSLR oder eine GoPro oder was auch immer. Genau, es sind noch zwei Windschütze dabei, was ich tatsächlich auch ziemlich cool finde, denn klar, diese Teile haben halt immer ein Problem mit Windschutz. Das war beim Envio Smart Headset auch so. Ich bin heute Morgen auch mit dem Fahrrad gefahren und hatte die Teile an, einfach mal so zum Test und das hat natürlich nicht funktioniert. Mit Windschutz war es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, aber muss man natürlich auch dazu sagen, das Wetter war heute Morgen auch so ein bisschen windig und auf dem Fahrrad ist dann natürlich immer noch auch ein bisschen anders, ein bisschen extrem. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein Ausschlusskriterium. Ist das ein Schaumstoffwindschutz oder ein Feldwindschutz? Genau, so ein Schaumstoffwindschutz, genau. Okay. Ist ein Kondensatormikrofon, recht Charakteristik, Kugel. Genau, und dann gibt man halt auch die Hook-App dazu. Man muss quasi sein Smartphone über Bluetooth mit dem Headset verbinden, kann dann auf die App zugreifen. In der App kann man dann auch wieder auswählen, will man Video machen oder einfach nur reine 3D-Audio-Aufnahmen. Wenn man 3D-Audio-Aufnahmen hat, hat man quasi zwei Pegel links und rechts, also auch zwei Fader, um die Pegel zu steuern. Was ich tatsächlich falsch gemacht habe, ist, ich dachte nämlich, das Teil wäre für laute Pegel nicht so geeignet. Und ich bin so ein Typ, ich lese mir eigentlich grundsätzlich nicht die Beschreibung durch, sondern ich probiere einfach aus, genau. Und dann war ich im Stadion, in Iserlohn, im Eisstadion, Iserlohn Roosters gegen die Kölner Haie. Stand dann im Fanblog und wollte Aufnahmen machen, habe ich auch getan. Ich habe mich aber einfach die ganze Zeit gefragt, warum die Aufnahme einfach viel zu übersteuert ist. Tatsächlich habe ich es dann gestern oder heute Morgen rausgefunden, weil wenn man nämlich mit dem Fader, also ich bin so vorgegangen, dass ich gedacht habe, okay, ich drehe den Fader runter, also ich ziehe die Fader runter, um das Eingangssignal zu regulieren, also auch zu minimieren. Also bei mir ist runterdrehen, Eingangssignal geht auch runter. So, da habe ich aber festgestellt, es ist genau umgekehrt. Man muss quasi den Fader nach oben schieben, um dem Signal quasi mehr Headroom zu geben. Das ist nicht wirklich intuitiv. Das fand ich jetzt ein bisschen strange, habe ich jetzt heute, ich glaube es war tatsächlich doch erst heute Morgen, habe ich das dann rausgefunden und dann entstand halt auch diese Aufnahme, die ihr am Anfang gehört habt, wo wir schön reingequatscht haben. Ich werde sie auch nochmal ans Ende hauen und unter den Shownotes, also www.soundrecording.de slash podcast, findet ihr wieder die Shownotes zu dieser Episode und dort habe ich dann auch das Soundbeispiel eingebunden. Preislich liegen wir bei dem Hookverse bei ungefähr, wo habe ich es denn aus, 160 Euro, genau. Das ist okay. Das ist okay, das MW Smart Headset kostet 190 und da bist du ja halt auch gebunden quasi an Lightning. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass das Hookverse so flexibel ist. Dass du es sowohl über Bluetooth am Smartphone verwenden kannst, aber halt auch über Kabel dann mit einer DSLR. Das finde ich schon echt cool, weil, wir haben ja schon kabellos ein bisschen angesprochen, hat tatsächlich noch so ein paar Probleme. Also nachdem man quasi die Aufnahme gestartet hat über die Hook Audio App, hat es so ein bisschen Startschwierigkeiten. Es dauert so, die ersten zwei, drei Sekunden sind noch so ein bisschen verwackelt, sage ich jetzt mal. Da gibt es auf jeden Fall Aussetzer und Glitches und Pausen, wie du auch schon gemerkt hast. Und auch in längeren Aufnahmen kann es auch mal eine kurze Pause geben. Und das ist halt natürlich mit Kabel gebunden, hast du da natürlich nicht die Probleme. Ich finde es trotzdem super, dass man es über Bluetooth versucht und es auch die Möglichkeit gibt. Und die Aufnahme, die ich jetzt auch erstellt hatte und die rausgeschnitten habe, die war ja auch eigentlich störfrei. Das ist gut, wenn du einfach beide Möglichkeiten hast, dass du dann halt kabellos spontan arbeiten kannst. Aber wenn du sagst, okay, jetzt kommt es wirklich darauf an, dass halt hier die Übertragung einwandfrei ist, dann nimmst du das Kabel und bist dann auf der sicheren Seite. Genau, die App ist mir auch ein paar Mal leider abgeschmiert, aber da habe ich direkt den Support angefunkt. Und die haben mir dann halt quasi so eine Liste geschickt mit Sachen, die ich mal überprüfen soll und angehen soll. Also das hat es auch gebracht. Also ich hatte das Problem, dass ich die Aufnahme gestartet hatte, habe das Handy in meine Hosentaschen gesteckt und habe natürlich das Spiegel geguckt. Und dann nachher habe ich gesehen, als ich die App dann wieder öffnen wollte, konnte ich das irgendwie nicht. Also ich habe gesehen, dass die Aufnahmezeit weiterläuft, weil ich konnte die Aufnahme nicht beenden. So, und dann musste ich die App komplett schließen und die Aufnahme ging dann leider verloren. Und das war natürlich sehr ärgerlich. Ja, stimmt. Natürlich kannst du mal versuchen, kurzfristig, okay, ich drücke jetzt auf Aufnahme und dann hoffst du halt, dass gerade irgendwie der mega geile Sound kommt. Aber das passiert halt in der Regel nicht. Also theoretisch, also du musst halt in der Regel einfach über eine längere Zeit aufnehmen, um dann da halt genügend Content zu haben, den du auch verwenden kannst. In dem Fall habe ich gerade so noch mitbekommen, wie ein Tor gefallen ist, aber das ist für das falsche Team, weil das ist ein anderes Thema. Genau, ich habe mir mal viele Notizen noch gemacht. Ich gucke mal gerade, was ich noch nicht übersehen habe vielleicht. Genau, Monitoring läuft über die Lautdärk-Regelung am Smartphone selber. Die Probleme mit Wind habe ich angesprochen. Wie gesagt, da gibt es den Windschutz dafür. Und ja, wenn man sich halt dann die Aufnahme halt anhört, man fühlt sich halt schon wirklich intensiver in der Situation. Also man kann auch, die Ortung ist extrem cool und die Auflösung auch. Also klanglich ist das Teil auf jeden Fall absolut okay. Also habe ich jetzt nichts dran auszusetzen. Man kann natürlich jetzt nochmal diskutieren, inwieweit es wirklich binaural ist. Werden die Reflexionen von der Ohrmuschel richtig aufgefangen und umgesetzt? Aber ich habe es eben meinem Arbeitskollegen gesagt, setz dich mal hier auf den Stuhl, hör dir mal die Aufnahme an. Und er meinte zu mir, Marc, wenn du jetzt noch am Stuhl rüttelst, dann habe ich wirklich das Gefühl, ich säße in der Bahn. Oh, nicht schlecht. Was man dazu sagen muss zum Musikhören, ist jetzt wirklich nicht überragend. Also es klingt schon sehr dünn, wenn man Musik darüber hört. Aber ich glaube, die Hauptfunktion ist auch einfach das Aufnehmen. Wobei es natürlich, ich glaube, die Teile gibt es auch beim Mediamarkt oder so, oder so tun. Ja, Tragekomfort ist cool. Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch fürs Laufen nutzen. Weil ich finde, man kann die auch, ja, man verliert die auch einfach nicht so leicht, weil sie quasi übers Ohr so ein bisschen gehen. Also sie haben nicht das Problem der Airpods. Genau. Und sie sind kabelgebunden, genau. Deshalb kann man sie auch nicht verlieren. Richtig. Was mir heute Morgen tatsächlich aufgefallen ist, ich wollte die ganze Zeit leiser machen und lauter machen. Also an den Teilen selber, das weil ich gewohnt bin, über die kabelgebundenen Kopfhörer von Apple zu hören. Das ist mir aufgefallen. Genau. Und Vers 2.0 soll auch schon 2020 kommen. Und da sollen auch die Probleme mit der App und mit der Bluetooth-Verbindung komplett behoben sein. Genau. Auf jeden Fall eine super Sache. sollte man sich angucken, wenn man in dem Bereich was machen möchte. Das war es jetzt von mir. Zurück zu dir. Ja, was haben wir denn noch so Schönes hier? Gehen wir mal durch unsere Liste durch. Du hast eben noch erwähnt, du hast das IK Multimedia HD-Bandle zugeschickt bekommen. Wolltest du dazu noch was erzählen? Das, was ich erzählen wollte, habe ich jetzt eben schon getan. Alles klar. Ja, dann sind wir bei deinem Aufreger der Woche. Ja. Mein Aufreger der Woche ist eigentlich gar nicht wirklich ein Aufreger. Aber hast du schon in The Irishman reingeguckt? Nee, aber ich muss dringend noch. Hammer. Das ist ja absolut das Star-Aufgebot. Von daher, ich bin gespannt. Ich sag mal so, die Story, die kann man sagen, die zieht sich etwas. Okay. Also so dreieinhalb Stunden Filmen, das ist schon ein Brett. Also meine Frau und ich, wir gucken es auch so im Serienformat, so immer mal halbe Stunde, 40 Minuten. Wir sind auch noch nicht ganz durch. Also es geht ja um das Verschwinden des amerikanischen Gewerkschaftsanführers Jimmy Hoffa, der gespielt wird von Al Pacino. Dann geht es um Robert De Niro, der jetzt quasi so ein Helfer war von der Italo-amerikanischen Mafia-Familie Cosa Nostra. Der Anführer war damals Russell Bufalino, der gespielt wird von Joe Pesky. Ich glaube Pesky sagt man. Pesky? Ja. Kann ich mich aber auch irren. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber weißt du, wo der mitgespielt hat? Ja, natürlich. Das ist einer der legendären und feuchten Banditen. Genau. Aus Kevin Alleyne zu Hause. Ja, wunderbarer Film zur Weihnachtszeit. Definitiv. Trivia der Woche. Das war so mein Highlight der Woche, als ich den gesehen habe. Da dachte ich, boah geil, das ist der Schurke aus Kevin Alleyne zu Hause. War das der Typ, der das Bügeleisen in die Fresse kriegt? Nee, das war der andere. Das war, glaube ich, der andere, ja. Der andere ist aber auch in den Nagel getreten. Der hat es, glaube ich, so richtig abgekommen. Daniel Stern, ja. Genau. Du bist ja echt, du bist ja so 90er Jahre Filmkultur. Das ist auch so dein Ding. Ja, so halbwegs. Aber das ist ja auch ein absoluter Kultfilm. Da gibt es übrigens ein sehr schönes Video von Corridor Digital. Kennst du die? Nee, sag mir jetzt nichts. Unbedingt angucken. Also Corridor Digital, die machen auf YouTube immer sehr aufwendige Kurzfilmchen, was Special Effects angeht. Super toll gemacht. Und da gibt es halt unter anderem auch eine, ich nenne sie mal, unzensierte Version von Kevin Alleyne zu Haus, wie Kevin die Banditen fertig macht. Okay. Dauert irgendwie fünf Minuten, ist aber sehr blutig. Achso. Also einfach Originalfilmmaterial zusammengeschnitten und ein paar Special Effects draufgehauen. Okay, krass. Dann anschauen. Bestimmt auch schön zu Weihnachten. Ja, mit den Kindern gucken auch. Auch so schön zu Hause mit den Kindern unter dem Weihnachtsbaum sitzen und das gucken. Dauert er dann nur fünf Minuten, geht er schnell vorbei. Da kommt Weihnachtsstimmung auch. Die Bügeleisenszene und die Nagelszene sind auch drin. Allerdings, die richten da ein bisschen mehr Schaden an. Achso. Okay. Kommen wir zu den Fragen. Es gab tatsächlich mal wieder Fragen. Unter anderem auch von Andreas V., der gestern noch bei Instagram geschrieben hat, hey, tolles Podcast-Format, bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe ihm dann auch geschrieben, hey, dass nochmal eine seiner Fragen heute beantwortet werden. Oder wir zumindest mal darüber sprechen. Mhm. Warum werden die alten Analoggeräte und Techniken eurer Meinung nach so gehypt? Mir gefallen moderne Produktionen deutlich besser als alte aus den Abbey Road-Zeiten. Vielleicht liegt es nur daran, dass dies die Pionierzeit der Audioaufnahme war. Das ist eigentlich ein Thema. Damit kannst du einen kompletten Podcast füllen. Da gibt es so viele Betrachtungswinkel. Ich glaube, es gibt da mehrere Sachen. Ja. Ich glaube, ein Punkt, mein erster Punkt wäre, wir leben einfach so in einer digitalen Welt. So ein Plugin hat auch einfach keinen Charme. Aber der... Würde ich direkt schon mal widersprechen, aber mach weiter. Ja, ich finde aber, so ein Hardware-Gerät hat halt einfach mehr Charme, mehr Ausstrahlung, sage ich jetzt mal. Und das ist auch der Grund, warum, denke ich mal, die alten analogen Geräte auch so gehypt werden und weshalb viele Plugin-Hersteller auch einfach hingehen und sich diesen Charme zu eigen machen und es versuchen in ihrem Plugin umzusetzen. Jetzt mal Klang wirklich außen vor. Ja, also klanglich sind die super, aber ich glaube, der Charme lebt einfach. Also auf jeden Fall, wenn du da so eine Hardware hast, die sich so richtig, ich sag mal, satt anfühlt, also wo du halt so Knöpfe hast, die auch wirklich Klack machen, wo die Regler sich gut anfühlen, also wo du einfach das Gefühl hast, da ist halt vernünftige Technik drin verbaut. Und das ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl. Also es gibt halt genauso gut auch Hardware, wo es halt einfach so vor sich hin wabbelt und glibbert und einfach denkst, okay, nee, das ist es nicht. Aber wir sprechen ja jetzt hier speziell von den alten Zeiten, wo die Geräte in der Regel ja auch gebaut waren wie ein Panzer. Und da kann ich das komplett nachvollziehen. Also das hat einfach eine gewisse Art von Wertigkeit. Also deshalb wollen, glaube ich, auch viele dem oder hängen dem so ein bisschen hinterher. Aber ich denke, das Wichtige ist wahrscheinlich wirklich dann nochmal der Sound. Und da gibt es ja ganz verschiedene Geschmäcker. Ja, absolut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal, wir können ja mal in die ganz Anfangszeiten da zurückgehen. Nehmen wir mal die Beatles zum Beispiel. Wie stehst du denn so zu den Beatles? Puh. Also ich finde die Beatles super geil. Was die damals gemacht haben mit der Technik, die ihnen zur Verfügung stand, ist halt wirklich unglaublich. Und auch wie die mit dem Panorama gespielt haben, Stereo-Bild und alles mögliche, Drums links und so, ja. Dass der heute kein Schwein mehr machen würde. Da waren die schon wirklich sehr experimentell. Und ja, gelten natürlich auch als Pioniere. Aber klar, vom Sound her ist das natürlich was ganz anderes. Kann man mit heute eigentlich auch gar nicht mehr vergleichen, finde ich. Ja, man muss es, glaube ich, wirklich unter diesem Betrachtungswinkel sehen. Das ist halt die Anfangszeit, wo halt rumexperimentiert wurde. Es waren absolute Pioniere. Das Schlagzeug einfach relativ hart zur Seite zu pennen, ist halt heute ein Unding. Und ich finde, das klingt halt auch furchtbar, wenn man es heute betrachtet. Aber das sehen andere vermutlich anders. Ja, definitiv. Ich kann beide Argumente gut verstehen, aber genau. Was wäre der zweite Punkt? Hast du noch einen Punkt wegen der Analoggeschichten? Ja, also ich bin eigentlich, es gibt so zwei Zeitepochen, wo ich sagen muss, da gefallen mir die Produktionen sehr gut. Das ist einmal tatsächlich wirklich heutige Produktion, finde ich ganz toll. Einfach, die klingen halt sehr, sehr sauber, sehr druckvoll, sehr offen. Mag vielen Leuten auch nicht gefallen, dass es einfach vielleicht auch zu präsent für die Leute ist. Und ansonsten bin ich halt auch sehr großer Fan des Sounds Anfang bis Ende der 80er. Also gerade da, wo es im Endeffekt so richtig mit diesem großproduzierten Hi-Fi-Sound losging. Und ich fand, da sind so viele tolle Produktionen entstanden, die auch heute immer noch absolut perfekt klingen. Die müssen sich halt vor nichts Aktuellem verstecken. Da brauchst du keine Remaster oder sonst irgendwas von. Ja, das sind eigentlich meine zwei Epochen, wo ich sagen muss, ja, klanglich bin ich da komplett zu Hause. Wobei ich jetzt neulich mal die neue Platte von Howard Jones angehört habe. Der ist bekannt durch diesen Track What is Love, aber nicht hier Hathaway oder so. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade Hathaway im Kopf. Ich will es jetzt nicht vorsingen, guck dir das einfach an. Und ich habe auch bei Keywords.de ein Interview mit ihm geführt. Genau, und dann habe ich mir die Platte angehört und dachte, oh geil, ja, es ist wirklich so dieser 80s Sound von damals. Also wirklich. Dann habe ich mal eine alte Platte von ihm dann reingehauen und dann habe ich direkt gehört, oh wie krass der Unterschied einfach ist. Und im Interview sagt er halt, ja, im Endeffekt ist es die gleiche Musik, er arbeitet aber halt komplett in the box. Ja, also nicht 100%, ein paar Sachen nutzt er schon, für ein paar Sachen nutzt er schon ein bisschen Outboard. Aber hauptsächlich setzt er halt wirklich Plugins ein, also die Arturia, wie Collection oder so. Und das hörst du einfach. Das hörst du. Es klingt einfach wirklich sehr steril. Also meiner Meinung nach. Hört es euch mal an. Irgendwie die alte, die neue Platte von Howard Jones und dann halt sein Hit hier, What is Love. Also ich finde, da sind Welten. Also von der Charakteristik her, von der Wärme des Songs, da gefallen mir die alten Produktionen wesentlich besser, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ja, ob denkst du denn, das hat wirklich mit den Geräten beziehungsweise der Software zu tun oder könnte es vielleicht auch, und das ist halt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, also du hattest ja einfach, früher musstest du komplett anders arbeiten. Du warst einfach gezwungen dazu. Und das beeinflusst natürlich den Sound auch viel mehr. Also gerade eben, nehmen wir mal das Thema analoges Tape Recording, also als du eben noch, als den Take zum Beispiel sitzen musstest oder als du nicht so viele Möglichkeiten hattest, zu editieren, zu schneiden und sowas. Das beeinflusst den Sound natürlich total, weil du weißt im Endeffekt, das Ding muss jetzt sitzen. Ja klar, definitiv. Also ich glaube, es liegt auch komplett an der analogen Signalkette von damals. Also klar, also es ist halt, ja, aber wie gesagt, das ist einfach ein Thema, da könnten wir Stunden drüber reden, ja. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Ja, also es gibt einen Podcast von der Studioszene live. Ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht mehr, wer alles dabei war. Das, glaube ich, es war Martin Zobel, Hans-Martin Buff, Nils Dreyer, dann der Entwickler von Gyrav. Die haben über das Thema Analog versus Klon versus DIY gesprochen. Da ist das auch so ein Thema. Muss man sich einfach mal, guckt mal in Feed von unserem Podcast, da findet ihr die Episode. Ja, ich denke also, das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt, eben halt die Art der Arbeit oder wie man gezwungen war zu arbeiten und auch dadurch eben das ganze Setting drumherum. Also allein schon vermutlich, dass du in der Regel in einem Studio warst, was groß war, wo viele Geräte drin standen und eben halt nicht mehr heutzutage wie du bist in einem Raum mit einem Laptop und zwei Boxen. Und das war es dann. Auch das, das vermittelt ja eine gewisse Atmosphäre, was sich wieder auf den Sound auswirken kann. Ja, ja, klar. Ja, ich vergleiche es ganz gerne mit Print und auch Vinyl. Also das wird es auch weiterhin geben, weil es halt eine andere Haptik hat, weil es einen anderen Charme hat, weil es ein anderes Feeling beim Konsumieren erzeugt. Ja. Also meine Frau zum Beispiel würde niemals irgendwie mit einem Kindle oder sowas lesen, die braucht ein echtes Buch. Ja. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mich, glaube ich, sehr gut mit dem Kindle anfreuen. Ja, ich habe halt die Kindle-App auf dem iPad und ich habe tatsächlich auch ein Magazin über das iPad, aber über eine separate App abonniert und da lese ich halt auch. Aber okay, ich lese die wahrscheinlich nur auf dem iPad, weil es die in Deutschland nicht als Printausgabe gibt. Möglich, ja. Aber ja, lass uns das Thema irgendwann nochmal aufgreifen und dann da mal eine ganze Sendung darüber machen. Ja, definitiv. Danke auf jeden Fall für die Frage. Mhm. So, dann würde ich sagen, haben wir noch eine Frage und dann kommen wir nochmal zu einem Gewinnspiel, weil auch diese Woche gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Genau. Es gab eine Frage zu deinem Video Geisterhauchen von Layo Chera auf YouTube. Genau, die habe ich auch schon unter dem Video beantwortet. Achso. Aber ich kann es dir nochmal kurz erklären und zwar... Warum ist die Audio-Welle weiß? Genau, es geht um eine Einstellung in Cubase, weil standardmäßig sind die Audio-Wellen in Cubase eher dunkel gehalten. Man kann es aber auch so invertieren, dass es in weiß ist, wenn man möchte, um Randung. Und mir fallen jetzt die tatsächlichen Menübegriffe dafür nicht mehr ein, aber es ist einfach in den Programmeinstellungen. Da gibt es ein spezielles Setting dafür, wie die Wellenform aussieht. Einfach mal unter dem Video in den Kommentaren schauen, da habe ich es nochmal genau erklärt. Und der zweite Teil der Frage war, wie man zusätzliche Fade-Out-Kurven hinzufügt. Dazu muss man einfach einen Fade setzen und dann halt per Doppelklick in den Fade-Editor gehen, da wo man eben die Kurve nochmal zusätzlich beeinflussen kann. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, Presets abzuspeichern. Also eigene Fade-Presets, falls man da eben eine ganz besondere Wellenform oder Fade-Form sich mal abspeichern muss. Im Editor geht das. Okay. Jo, wie schon angesprochen, haben wir nochmal ein Gewinnspiel. Dieses Mal in der Verlosung mit dabei. Ein Rode Podcaster MK2 in Kombination mit einem Rode PSA 1. Was verbirgt sich wieder hinter diesen Begriffen? Ein dynamisches USB-Sprechermikrofon und ein Rundfunk-Gelenkarm-Stativ zur Tischmontage. Also könnte man meinen, ideal für Podcaster gibt es im Paket zusammen für 300 Euro. Verlosen wir auch diesmal als Paket. Und außerdem mit in der Verlosung drei Studioszene-T-Shirts in S. Sag mal Marc, warum habe ich eigentlich noch kein Studioszene-T-Shirt? Ich schicke dir eins. Aber bitte ein M. Genau. Ja, es gibt hier natürlich nicht nur ein S. Das war ein ultra witziger Witz von mir. Ihr schreibt uns dann einfach, welche Größe ihr braucht und wir schicken es euch zu. Was müsst ihr tun? Ihr müsst wieder unserem Podcast folgen auf Spotify oder Apple Podcasts und uns darüber dann wieder Nachweis schicken. Also einfach irgendwie ein Screenshot ans Redaktion at soundandrecording.de mit dem Betrifft Podcast Gewinnspiel schicken. Also einfach ein Nachweis, wo wir nachverfolgen können, dass ihr uns halt folgt. Das hatten wir ja schon mal. Der Gewinner wird dann Anfang Januar bekannt gegeben. Wie fandst du jetzt hier unseren runtergeratteten Podcast heute ohne Gelaber? Ja, ich meine, am Ende haben wir ja doch ein bisschen gelabert. Ich muss sagen, persönlich bin ich eher der große Fan von Gelaber. Also mag ich eigentlich auch, wenn ich selber Podcasts höre, lieber. Weil wenn ich einfach nur Fakten hören will, dann kann ich mir auch kurz irgendwo was durchlesen. Die Frage ist natürlich auch immer, ob das jemandem gefällt, was ich mir bei unserem Geseiere eigentlich nicht vorstellen kann. Aber nee, prinzipiell bin ich eher der Laber-Fan. Ja, ich fand's vom Flow heute irgendwie, irgendwie war so ein Hänger drin heute. Es war ein Hänger drin. Ja, ja, also gerade am Anfang fand ich, da war irgendwie, nee. Wenn man uns die Laberei wegnimmt, dann ist direkt der Wurm dran. Dann kommen wir nicht in den Flow, ne? Nee, nee. Okay, das war's dann schon von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr findet alle Infos zu dieser Episode in den Shownotes unter soundrecording.de slash podcast. Abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Deezer, auf Soundcloud. Zieht euch den RSS-Feed. Wie gesagt, hört uns einfach überall, wo ihr könnt. Hört einfach alle unsere Episoden von Anfang durch. Nutzt die Kapitelmarker. Springt zu den Themen, die euch interessieren. Überspringt unser Glaber. Folge uns einfach auf allen möglichen sozialen Kanälen. Besuche die Studioszene. Besuche uns auf der ProLight & Sound. Oder melde dich, wenn du Gast in unserem Podcast sein möchtest. Das wäre doch auch mal cool, oder? Ja, warum denn nicht? Ja. Oder wenn jemand mit mir zu den Haien gehen möchte, aber keine DEG-Fans, ne? Okay. Ja. Ja, nächste Woche wird ja noch eine etwas speziellere Folge sein. Genau. Wir machen nämlich ein, was jeder macht, so, ne? In der Podcast-Szene. Ist ja eigentlich voll langweilig, ne? Genau. Eigentlich ist es langweilig, aber deshalb müssen wir ja dabei sein, ne? Ja. Weil wir sind ja auch langweilig. Gruppenzwang, genau. Also nächste Woche gibt es einen Jahresrückblick. Wahrscheinlich etwas speziellerer Art. Wir besprechen verschiedene Themen außer Sound and Recording, die wir hatten. Das ist dann wahrscheinlich hauptsächlich so dein Gebiet. Und ich werde mal überlegen, was war denn so Besonderes für mich audiomäßig dieses Jahr dabei. Und wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, war tatsächlich gar nicht so super viel. Aber das ist dann halt auch tatsächlich die ganz persönliche Meinung. Ja, nächste Woche wird es persönlich und es gibt nächste Woche nur Gelaber. Nur Gelaber. Kann ich euch nochmal vorbereiten. Gar nicht reinhören. Nee. Genau. Ja, ich werde mir auch vorhin einen schönen Glühwein hier machen. Ja, das ist ja doch geil. Weil ich habe eigentlich Urlaub nächste Woche. Achso. Wir brauchen hier noch so ein Glöckchen oder sowas. Irgendwie so ein Jingle Bell Intro oder sowas. Was ja eigentlich für Thanksgiving gedacht war. Nochmal so eine kurze Trivia am Rande. Ja. Genau. Ich würde sagen, bevor wir jetzt wieder anfangen zu labern, machen wir Schluss, oder? Ja. Okay, das war es von uns. Mein Name ist Marc Bohn. Mein Name ist Klaus Betz. Dankeschön an alle euch, die ihr da draußen zuhört. Genau. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und wir haben zum ersten Mal die Abmoderation hinbekommen. Yeah. So halbwegs, oder? Okay. Bis nächste Woche. Alles klar. Macht's gut. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.